Hallo, Freunde, meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge von Faible NFC. Müsste die 5.16 sein. Hoffentlich. Wenn ich richtig liege, könnte man ja einen Preis spendieren. Wäre nett. Ein Eis. Oh, Eis. Hätte ich auch mal gelöst. Oh, eine Wiederbelebungsfiole. Die sind immer sehr wichtig. Hühnerschreck, was? Quatsch mich nicht, blöd, oder sei da. Vor allem, wieso kennen die Räuber mich als Hühnerschreck? Ist doch unlogisch. Ohne Scheiß, das ist echt unlogisch. Das sind Räuber, wie können die mich kennen? Vier Blödsinn. Und freuen sich, kommt ihr, um Zwillingsklingsprogramm zu sehen? Sind sie nicht wunderbar? Das wird eine tolle Party. Hilfe! Lasst uns hier raus! Ja, die... Mal gucken, wie ich euch befreue. Ich gucke erst mal da hinten. Ich glaube, wenn ich mir ein falsches Ding erlaube, dann... ...hab ich die alle am Hals. Was? Attentäterhose. Was? Wieso sind die alle dicht? Ihr sprecht mit dem falschen Attentäter. Redet mit Roderick. Er ist unser Sprecher. Roderick, wo ist denn hier Roderick? Bist du Roderick? Mir fiel auf, dass ihr die Tore zu Zwillingsklingsquartier betrachtet habt. Hm. Vielleicht könnten wir die Reservewächter irgendwie rauslocken. Das Tor wäre dann offen für euch. Natürlich erfordert so ein riskantes Manöver eine angemessene Vergütung. 2000. Ein faires Angebot in diesen schlechten Zeiten. Wir sind hier, falls ihr es euch anders überlegt. Ich hoffe, ich bin erstmal weggeklickt. Weil... ...man kann alles auch so erreichen, aber... ...es wird halt schwieriger. Hier ist wieder so ein Kampffeld. Verschwindet. Hier kommt... Der Boss hat mir gesagt, ich soll hier aufpassen. Er feiert eine Party. Das bedeutet, keiner kommt hier durch. Außer den Geiseln, die für die Unterhaltung sorgen. Und daran halte ich mich. Kapiert? Puh, okay. Alter, wir haben voll den Waschbrettbauch, ey. Voll der Luxus. Wo kommt der überhaupt her? Okay, also... Er macht das nur auf... ...mit den Geiseln... ...oder wenn wir 2000 Gold bezahlen. Ich weiß nicht... Der Wechter hat den Schlüssel. Holt ihn. Ob man den einfach angreifen dürfen? Man braucht einen Schlüssel für die Käfigtür. Ich weiß nicht, ob ich den einfach angreifen darf. Solltet ihr auch. Ihr seid es nämlich. Ich mach's einfach scheiß drauf. Okay, wir haben den Schlüssel. Und... ...glauer... ...kein... ...geräusch gemacht, weil die eh alle besoffen sind. Hilf uns. Recht herzlichen Dank. Ich dachte schon, wir würden sterben. Aber jetzt schnell hier weg, bevor die Wächter das Spitz kriegen. Zwillingsklingsgeiseln sind frei. Schnappt sie, bevor sie entkommen. Glauben wir die jetzt nochmal retten müssen? Alle Türen stehen offen. Ich glaub, die sind frei. Rotes Fleisch. Siehst du, es gibt immer andere Wege. Mittel und Wege. Man muss jetzt nicht dafür 2000 Gold bezahlen. Das wäre Blödsinn. Wir haben zwar viel Gold, aber... ...das muss jetzt nicht alles verplempert werden. Ich hab auf euch gewartet. Sekunde, Jungs. Zwillingskling hat mit diesem Heldenwurm noch was vor. Zwillingskling ... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sind schon ewig nicht mehr gefüttert worden. Ihr seht nicht nach einem ordentlichen Happen aus. Zieht eure Klinge, Gildepüppchen. Lasst sehen, was in euch steckt. Geht durch das Tor in Zwillingsklingsgebiet. Alter. Alter. Ach jetzt, wir müssen den von hinten angreifen. Stimmt, so war die Taktik. Ich komm. Ich kann nur einmal zuschlagen. Na los. Versuch das mal. Trifst mich doch eh nicht. Der Kreis ist schon fies. Gleich die Hälfte. Muss ein bisschen leise machen. Was für ein... Ich glaub, wir müssen den, glaub ich, nicht komplett drunter hauen, oder? Nein, kommt nicht auf. Ich glaub, nur dreimal, dann haben wir's. Trifst mich nicht. So. Vielleicht töten wir den? Ich weiß es nicht. Aber das ist noch nicht der Boss oder der Endgegner. Also, das wär ja ein bisschen gescheuert. Macht es kurz. Das würde ich für euch auch tun. Wer bist du ja? Was ist los? Erkennst du deine eigene Schwester nicht? Ihre Vergangenheit erneut vor Augen, kehrten Theresas Gedanken zu einem Feuersturm zurück. Orgwell brannte. Ohne einen Laut sah sie zu, wie die Räuber ihre Mutter folterten. Danach wandten sie sich ihr zu und befragten sie nach ihrem Bruder. Ihre Antwort war nur ein böser Blick und deshalb zerstach der Anführer ihr die Augen. Die Banditen verschleppten die Mutter des Jungen und ließen Theresa im Wald zurück. Dort kroch sie drei Tage lang umher, blind und verzweifelt, bis sie von Räubern gefunden wurde. Zwillingskling und seine Leute. In ihrem Clan begann sie ein neues Leben als Dienstmarkt. Doch der Räuberkönig spürte ihre ungeheure Stärke und Willenskraft. Und hörte gut zu, wenn sie im Schlaf dunkle Prophezeiungen murmelte. Wer nicht akzeptierte, dieses kleine, blinde Mädchen an der Seite des Anführers zu sehen, überlebte nicht lange. Wer sie angriff, wurde von ihr getötet. Sie kannte weder Gnade noch Gefühl. Denn so war jetzt ihr Platz in dieser Welt. Ich hab so viel gesehen. So viel Tod. So viel Sterben. Ich hab dich gesehen, kleiner Bruder. In einem Ring aus Sand und Blut. Eine Arena voller Geheimnisse. Und ich hab gesehen, welche Wahl du irgendwann treffen musst, zwischen Licht und Dunkelheit. Theresa! Tut mir leid, Zwillingskling. Du musst ab jetzt allein gehen. Wie wir alle. Aber bevor ich gehe, Bruder, habe ich ein Geschenk für dich. Für all die verpassten Geburtstage. Eine Gabe, die in unserer Familie liegt. Er wird dich finden, wenn du schläfst. Und wenn das Tageslicht verblasst. Wo rauf wartet ihr denn noch? Macht Schluss? Oder zieht Leine? Ich bin eh so gut wie tot. Ich bin niemandes König mehr. Hm ... Ihr habt doch schon gewonnen. Tötet mich nicht. Tötet mich nicht. So ... Puh ... Was müssen wir mal machen ... Besiegt oder verschont den Räubergeneral Zwillingskling? Was hat denn das für Folgen? Ich weiß es nicht. Ich will gerade nicht googeln, weil ich möchte aus dem Bauch heraus jetzt entscheiden, was ich nehmen soll nicht. Es spielt eigentlich keine Rolle. Es ist dann nur der Weg ist dann anders. Aber das Ende bleibt ja gleich. Besiegt oder verschont? Der war eigentlich sehr böse. Er ist ein Räuber. Aber er hat die Schwester halt erzogen, aufgenommen. Hat sie nicht töten lassen oder getötet, trotz dass sie blind ist. Ich lasse leben. Welche blöde Schwester können wir haben, die Karin zu nehmen. Ich gucke jetzt mal, was es hier gibt. Alter, bist du blöd. Das ist ein Räuber. Das ist kein Räuber. Das ist kein Räuber. Ich glaube, ich muss das nicht mehr machen. Ich muss doch mal in die Räubergen nehmen. Ich muss da sein. Und nochmal 500 Geld oben drauf. Und Fässer, die er nicht treffen kann. Wie mache ich das, dass der überlebt? Den ansprechen? Oder abhauen? Ach, siehst du. Hier oben ist auch eine Truhe. Was haben wir da drin? Ein Diamant! Ob man mit dem was machen kann, außer verkaufen? So schön. Ich hau ab. Wie gesagt, ich möchte den Leben lassen. Warum auch immer. Quiste abgeschlossen, sucht die Serien der Räuber. Räubersiegel, 5.555 Geld und 18.592. Erfolgspunkte. So. Das war ein sehr eindrucksvoller Sieg, oh Held. Aber Mays hat Neuigkeiten für euch in der Gilde. Ihr sollt sofort dort hingehen. Äh, ja. Ich möchte noch kurz was gucken. Die Pilze weiß ich nicht. Bücher weiß ich auch nicht. Das, naja, möchte ich nicht. Das hier. Irgendwie... Kann ich das irgendwie... ...aktuell machen? Dass ich nur das folgen kann? Ich trage in der Gilde vorbei. Es gibt neue Questen. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Oder so. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Oh nein, hopp. Sind die jetzt eigentlich wieder feindlich? Na, hier sind gar keine da. Ich möchte aber nicht so aussehen. So. Den hatte ich. Äh, welche hatte ich denn hier? Ich glaub die hier. Was ist das? Ich glaub das. Eine... Leder Leggings. Ähm... Ja, den Stiefel... Le... Hattest du hier. Ja, muss auch ein bisschen achten wegen Attraktivität und alles. Hm. Der zählt die Juristung. Gesamt 681. Äh, was das jetzt so genau bringt... Außer jetzt weniger Schaden, das ist mir schon klar. Aber... Naja, manchmal ist Verteidigung nicht alles. Oh. Bleibt der... Dass der nicht mal im Stein laufen kann. Der kann... Der kann ja nicht mal springen. Kann nur hier so ne Rolle machen. Hallolo. 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 Oh Mann. Hallolo. Hallolo. Gehe. Oh, ja, das Mexican Leute jetzt mal nur angeschneing so! Hallolo. Auf dem��bücher der Whew alert rent! Ach so! Ach so! Ja hier! Hallo! so bevor wir den part beenden möchte noch ein bisschen skill das ist der wahnsinn kostet ganz schön viel wenn jetzt 24.000 25 wir haben ja auch noch das hier und so das ding dort immer geil das video aber das video scheint original zu sein vom ordentliche weil dazu verpixelt wirkt genau das gleiche video ich habe ja auch noch was ich bin nicht so wirklich der zauberer fällen aber hier hier das ja das finde ich so hau ich weiß es also zeit verlangsamen soll auf jeden fall nachher gut sein 2000 18.000 naja habe ich jetzt nicht körperlicher schütze ich auch ganz gut sein genauso wie geister schwert mehr verfeilt glaube ich eher nicht je mehr mann eben ist über desto mehr energie verfügt um zauber zu werden ach so naja da kann man streiten irgendwann so mit sequest alle wächter und händler wieso kriegen wir da keine bösen taten hätte alle drei hätte alle hätte drei rettet alle drei händler die im räuberlager gefangen werden das böse ist wenn ich das mache ich mach's mal ähm hast du irgendwas zu sagen ihr solltet mit meis sprechen er erwartet euch in seinem quartier im großen turm am hinteren teil der gilde danke für die richtig geile beschreibung ja und wir speichern jetzt wieder und damit bedanke ich mich auch ganz herzlich fürs zuschauen und wir sehen uns im nächsten paar wieder euer Dobi von Dobi Lente ich hoffe es hat euch gefallen bis dahin auf Wiedersehen ich hoffe es hat euch gefallen bis dahin bis dahin